Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog Video von mir. Ich habe etwas Neues zum erzählen, deswegen gehen wir jetzt hier mit meinem Polo ein bisschen spazieren fahren. Beim Autofahren geht es immer am einfachsten. Dann viel Spaß nach dem Intro. Dann beginnen wir mal mit den Neuerungen. Das erste, dieses Video ist zugleich auch ein Test. Ich habe mir hier so ein neues Ansteckmikrofon gekauft, das Valimax Pro, speziell für Smartphones. Jetzt kann ich hier, ich mache meine Vlog Videos mit dem iPhone. Das habe ich jetzt direkt hier am iPhone angeschlossen und kann dann jetzt dann den Mikrofon, äh, den Ton näher von meinem Mund aufnehmen. Somit müsste die Tonqualität und auch die Lautstärke auf jeden Fall wesentlich besser sein. Das ist zum einen. Und das zweite, ich hätte jetzt eigentlich morgen früh einen Termin im Krankenhaus. Sollte, oder ich muss operiert werden. Ich habe ja hier oben in der Schulter eine Platte drin. Und diese Platte, die kommt jetzt wieder raus. Der Termin war dazu morgen. Morgen früh 7 Uhr. Jetzt hat heute Morgen das Krankenhaus bei mir angerufen. Und hat den Termin, äh, verschoben. Irgendwie, weil ein Arzt krank ist, oder keine Ahnung, was für personelle Probleme das die haben. Jetzt ist mein Operationstermin natürlich nochmal zwei Wochen in die, nach hinten verschoben worden. Ja, das ist natürlich jetzt auch schade. Eigentlich freue ich mich schon auf die Operation, weil dann ist die Platte draußen. Das heißt, ich kann dann aktiv anfangen mit, äh, mit meiner, mit meinem Training. Weil ich kann ja jetzt momentan meine Schulter oder meinen Arm noch nicht komplett hochbewegen, da die Platte dann hier oben an der Schulterplatte, oder am Schulterdach, wie das heißt, dann ansteht. Und, somit bin ich ja, bin ich sehr eingestrengt von der Bewegung. Und, äh, wenn das zu lang geht, dann, äh, verkürzen sich die ganzen Muskeln und alles. Und dann kann es sein, dass man das, wenn man das zu lange nicht macht, äh, und auch die, die ganze Krankengymnastik im Anschluss, dass die komplette Bewegung nicht vollständig wiederhergestellt werden kann. Normalerweise, wo die Platte reingemacht war, hat man dann schon zu mir gesagt, dass es dann wahrscheinlich ein Jahr später rauskommt, aber eventuell auch früher, umso früher, umso besser. Jetzt ist die Platte vier Monate drin. Beziehungsweise, ne, jetzt. Jetzt wäre sie normal nach dreieinhalb Monaten rauskommen, dreieinhalb Monate ist sie drin. Doch das, dass sich das jetzt nochmal zwei Wochen verschoben hat, kommt sie dann dementsprechend nach vier Monaten raus. Ja, gut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was besser ist. Wenn sie länger drinnen bleibt, dann kann der Knochen besser heilen. Oder ist der Knochen schon soweit geheilt, dass sie auf jeden Fall raus kann. Dazu fehlt mir einfach die Kenntnis. Ja, eine Operation ist auf jeden Fall immer was Schlechtes. Zu früh, zu spät, wie auch immer. Naja. Jetzt schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Jetzt fahren wir auf jeden Fall noch ein bisschen mit dem Autospazierer. Und dann melde ich mich gleich im Anschluss nochmal. Viel Spaß. Jetzt fahren wir auf jeden Fall. Das war jetzt der Sonnenuntergang. in Ehingen war etwas anderes gefilmt. Ich muss hier noch etwas dunkel machen, dass ich die Straße auch gut sehe. Jetzt seht ihr mich halt kaum, aber ich kann ja schnell mal auf die Frontkamera wechseln. So, jetzt haben wir auf die Frontkamera gewechselt, dann könnt ihr ein bisschen zugucken wie ich fahre und ich kann euch gleichzeitig was erzählen. War jetzt eine spontane Idee, mal den Sonnenuntergang zu filmen. Leider war es bewölkt, aber wenn es bewölkt ist, dann sieht das Ganze natürlich auch ein bisschen besser aus, weil man dann auch Wolken am Himmel ziehen sieht. Aber schöner wäre es. Da muss ich mal schauen, ob ich das irgendwie mal hinbekomme, dass ich irgendwo die Sonne so aufnehmen kann, dass man wirklich sieht, wie sie untergeht. Aber ich denke, das war jetzt mit Sicherheit auch nicht allzu schlecht. Es ist auf jeden Fall gut dunkle Nacht, sagt man da, bei uns im Schwabenland. Jetzt fahren wir mal zum Alp-Donau-Center. Da hatte ich ja mal meinen Vodafone-Shop drin. Gucken wir mal, was da unten jetzt nicht so um die Uhrzeit los ist. Wir haben jetzt 20 Uhr. 8 Uhr, das ist eigentlich die Zeit, wo ich immer Feierabend gemacht habe. Die Öffnungszeiten von den kleinen Läden sind ja bis 20 Uhr und die Öffnungszeiten vom Kaufland selber bis 22 Uhr. Auf jeden Fall wurde hier alles umgebaut. Der Eingang, der Haupteingang zum Parkplatz war früher hier. Da ist jetzt verlegt worden. Die Ausfahrt und die Einfahrt, das war früher getrennt, jetzt ist es eins. Ja, irgendwie sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall für Ehinger. Aber wenn man jetzt hier mal auf den Parkplatz schaut, also allzu viel ist hier nicht mehr los. Und es gibt auch nicht viele Läden, wo bis 22 Uhr geöffnet haben. Ich denke mal, das Ganze ist eigentlich auch irgendwo überflüssig. Wenn man bis 20 Uhr seine Einkäufe noch nicht getätigt hat, der wird es ja auch bis 22 Uhr nicht schaffen. Auf jeden Fall sieht das Ganze hier jetzt etwas freundlicher aus, wie es mal war. Das ist schon mal der Vorteil davon. Früher hat es hier ein Haupteingang gegeben. Jetzt hat man aus einem zwei Haupteingänge gemacht. Das soll den kleinen Läden dabei helfen, dass sie dann nicht mehr so abhängig sind von der Lage. Aber ob das im Endeffekt für die Mieter drinne was bringt, sei mal dahingestellt. Hier sind auch noch Mietflächen frei. Also wenn jemand hier einen Laden eröffnen möchte, kann er das tun. Die Flächen sind noch vorhanden. Empfällend kann ich es aber keinem hier. Das Gebäude sieht nicht mehr so viele Kunden, wie zu der Zeit, wo damals der Schlecker selber noch drin war, mit dem Schleckerland. Schleckerland war was Einzigartiges. Hat Kunden gezogen von, also mein weiterster Kunde war von München. Und viele Kunden, so Raum Münzingen, Hayingen, die ganze Region verteilt. Jetzt ist das Ganze sehr regional. Jetzt kommen eigentlich nur noch Kunden im Umkreis von maximal, also maximal 10 Kilometer. Wobei es das eigentlich auch schon gar nicht mehr so ist. Jedes kleinere Dorf hat inzwischen einen oder mehrere Supermärkte. Aldi, Penny, alles Mögliche. Wenn jemand hierher kommt, dann eigentlich nur wegen den kleinen Läden, wie jetzt zum Beispiel damals mein Vodafone-Shop oder C und A. Aber so wegen den nächsten Kaufland fahren die wenigsten soweit. Okay. Fahren wir mal durch die Innenstadt durch. Die Aufnahmen, die sind jetzt nicht so scharf, wie es eigentlich vom iPhone erwartet wird. Das Bild rauscht nicht, aber das Bild ist nicht wirklich richtig scharf. Ja, egal. Hier diesen Bergbruch, da muss man immer ein bisschen aufpassen, da wird es sehr gern geblitzt. Jetzt sind abends um 20 Uhr weniger, aber mittags sehr viel. So, jetzt sind wir eigentlich schon in der Innenstadt drin. Und da vorne jetzt dann links, links abgeht, wo es dann gleich die Sparkasse kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob die beleuchtet ist, ob man sieht. Da ist dann auf jeden Fall der Marktplatz. Also hier links geht es zum Marktplatz. Da ist dann auch der Müller. Und alle möglichen Läden. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange das Video inzwischen ist. Ich möchte natürlich auch immer versuchen, dass ich unter 15 Minuten bleibe. Weil alles, was mehr ist, ist dann eigentlich schon zu lang. Okay. Also wie gesagt, der Hauptsinn von dem Video war eigentlich heute einfach der Test von meinem Ansteckmikrofon. Ich bin da jetzt selber mal gespannt, wie die Audioqualität ist. Wenn jetzt ich mich beim Autofahren selber filmen mit der Frontkamera, da geht es mit dem Ton. Wenn jetzt aber so nach vorne filmen, mit der Rückkamera, mit dem iPhone, wie jetzt, dann wird der Ton vom iPhone selber natürlich auch nach vorne gerichtet. Und wenn ich dann von hier aus jetzt ins Mikrofon reinspreche, dann hört man kaum was. Auf diesem Weg mit dem Ansteckmikrofon, wie ich es jetzt mache, muss der Ton auf jeden Fall viel besser sein. Aber gut ist, das höre ich dann nachher selber auf dem Video. Das ist das eine, der Test vom Mikrofon. Das andere ist, dass meine OP jetzt noch mal verschoben wurde. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Das Video müsste jetzt eigentlich relativ lang geworden sein. Jeder, der jetzt noch dran ist, alle Achtung. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das Video bis zum Schluss angeschaut habt. Wenn ihr es nicht angeschaut habt, dann hört ihr das natürlich auch nicht. Dann kommen auch keine Kommentare. Aber interessieren tut es mich, wer mein Video nur ein, zwei Minuten anschaut oder wer das Video auch wirklich komplett anschaut. Also einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, ich habe es bis zum Schluss angeschaut. Oder wie auch noch. Okay, dann bis zum nächsten Video. Ciao.